Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Aliens Dark Descent. Na ja, da rennt einer. Was ist es denn? Kann man nicht erkennen? Ich fürchte, wir müssen es dann mal auslösen. Ich hoffe, es ist nur so ein verrückter und kein Alien. Lassen wir mal schauen. Also durch die Türen kommen wir nicht. Wir haben jetzt keinen dabei, der die öffnen könnte. Beide nicht. Das ist echt schlecht. Ich habe keinen Tag. Ich habe keinen mit Smart Ass Skill. Ich glaube, da müssen wir erstmal uns ein bisschen weiter umschauen. Hilft nichts. Kommt, team! Cut that door open. Open up, Sesame. Door clear. They're heading our way. Ah, ok. Wir versuchen es vielleicht mal mit einem Flammenwerfer. Oh, ok. Na super. Der hat sich treffen lassen. Oh, oh. Die machen die Tür auf. Oh, oh. Die machen die Tür auf. Wir haben unsere ganze Rüstung verloren. Tja, das war nicht gut. W-B-K-A-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R, wir sehen was da. Das ist nicht drin. Ich habe keine härten Vorstellung. Die Tür am Ende. Die Tür ist nur ein, was wir sehen. Get an executive from Spharos Spire crawling up my ass, waiting to know if we've made any progress on those missing weapons. I don't like these corporate pricks any more than you do, but if our ornaments are all falling into the wrong hands, then we need to put a stop to it. At the very least, we need to find the inside man, cycle the entry codes again, see if the culprit gets bold enough to try forcing their way in when the lock doesn't spring. If we are lucky, they will blow themselves to pieces in the process. Ah, they have set a small hole on them, or? Do you understand that? There is something around. There is a whole troop. Yeah, there is another Munition, but right now we don't want to do it, right? Although, here we can do it. Destroy weakened wall. Copy, let's see what's inside. Then we take the engine to melt down, but we look ahead. Move on. Move on. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, okay. Könnten wir wieder einen Sniper gebrauchen? Aber ich hab leider keinen. Ah, er kommt nicht. Na, super. Das wäre ja keine gute Idee dann. Ja, obwohl wir könnten hier Feuer nehmen und das dann sprengen hier. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, kommt er. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. So, jetzt nochmal. Jetzt rennt er andersrum, die Radde. Okay. Hier gibt es wenig Materials. Will ich hier wirklich schon wieder ein Tool ausgeben? Aber kann ich gar nicht. Ich habe ja keinen, der Hacking-Skills hat. Super. Nachladen. Ah, Hells-Päckchen können wir mal mitnehmen. Da kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Ah, hier ist ein Aufzug. Du, da ist alles verschleimt. Ich schätze mal hier den Hive-Exit. Schau mal, vorsichtig durch die Tür. Ja. Dann weg hier. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Die schätzt man nicht, wenn wir das jetzt hier zuschweißen würden. Kontrollcenter. Es ist ja nett, dass es hier so dran steht. Okay. Warten wir mal ganz kurz, bis wir noch einen Punkt mehr haben. Eine Beförderung haben wir. Spider bekommt eine Beförderung. Also. Wegen dem Nachnamen. Web. Spider. Web. Genau. Hm. Okay. Ja, noch mehr von den Räumen. Äh, da muss ich dann nochmal hin. Ja, das gefällt mir ja nicht. Ich bräuchte jetzt jemanden, der damit umgehen kann, aber ich habe niemanden. Was hat der? Ein Tool. Da ist nochmal ein Tool. Das sieht schon wieder nach Alien-Bauweise aus. Ja, das sieht aber gar nicht gut aus, was sie da gemacht haben. Also für die Inneneinrichtung bekommen sie da keinen Preis von mir. Es ist halt jetzt noch so schön ruhig, keine Aliens gerade noch unterwegs. Ich glaube, das wird nicht mehr lange halten. Da wäre es echt gut, wenn ich einen hätte, der diese ganzen Türen öffnen kann. Hm. Aber hm. Da ist keiner. Macharte. Aber es ist genau so schön, dass sie sich in der Luft Leon reduzieren. Das wird? Dann. Dann. St vimos die Quäse. Da ist die Quäse. Sie führen können. Ach so. Dann. Dann. Okay, da können wir also gerade nicht rein. Ah ja, okay, hier wäre Munition. Ich frage mich aber gerade, ob ich die mitnehmen soll, weil ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte ich doch einfach gehen, damit ich vielleicht doch einen Tag habe oder jemanden mit dem Smart Ass Skill. Was haben wir denn hier Schönes? Nochmal Munition. Nochmal Munition. Ja, das sieht ganz so aus, als bräuchte ich mit dem nächsten Haufen Munition. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay, da geht es anscheinend dann einfach nur noch hier hoch. Dann gehen wir doch erstmal in den Süden. Tracker aufbauen. Ich weiß nicht. Okay. Uh-oh. Achtung. Da kommt wieder einer. So, was machen wir? Da haben wir eine Defense Phase, oder? Ja, Mist. Was machen wir jetzt? Ah, zu spät. Taktik. Ah, super. Taktik. 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 Ach, der hat's gar nicht aufgebaut. Ach, wir müssen glaube ich abhauen, kann das sein? Mist, dann warten wir nochmal eine Runde. Okay, wir gehen jetzt! Incoming! Light him up! Pick up. Affirmative. Packing sentry gun. Sentry packed. Dammt! Nicht wieder! Sergeant, sie sind anzitapiert ihr alle geblieben. Sie müssen uns beobachten. Ich weiß, Hayes, ich weiß. Gehen wir auf. Marienes, öppet diese Tür, jetzt! Was? Unlock Die Markungen. Shit, die Kommandierung ist gerade hinter der Tür. Double-Tiebe! Kontakt! Oh-oh. Das mit dem Asset gefällt mir gar nicht. Runner, kill ihn! Check your lighting. Gah, burns! It burns! Okay. Move on. Weld that door. Welding access. Door welded. That weld gonna hold on it. Let's see what's inside. Light wound. Light wound. First aid in the action. First aid in the action. Don't move. Gonna fix you up the best I can. So, wir haben jetzt auch ein Shelter. There. Like it didn't happen. On it. Let's see what's inside. Come on Team. Let's see what's inside. We're going to do it. Let's go ahead and run. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Affirmative. Alright. Let's see what's inside. Yep. That terminal has been sabotaged. We're trapped. Squad lead. You might want to close this door while we look for a solution. Get me a stable SATCOM link. Broken terminal or not. I should be able to open that bulkhead door from here. You heard the lady. Find us a SATCOM uplink. That Sector map could help us find a SATCOM and a path to the Hostages. So, wir bauen mal zwei Sentries. Da sind ein Haufen Signale auf der anderen Seite. Dann würde ich sagen, bauen wir hier doch mal einen... Oh, kommen da schon welche? Ich würde sagen, wir bauen hier dann einen... Tracker auf. Setzen einen Motion Tracker. Motion Tracker aktiviert. So, wenn da einer rauskommt und auf die Kanone hauen will, dann wird er von der noch abgeschossen. These guys have been chosen, alright. Make the most of it. So. Wir warten noch auf den Punkt, dass er da ist. Dann legen wir ein bisschen Feuer. Und dann lösen wir ihn aus. Come on, Team. Gut. Jetzt ist voll. Dann ein bisschen brutzeln, bitte. Dann ein bisschen brutzeln, bitte. Haben wir jetzt unseren Motion Tracker verloren? Kann das sein? Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Ah, das war ja totaler Mist. Eh, tut mir leid. Moment. Hier sind wir nicht mehr. Der wird bei denen gar nicht. Er wird nur bei Aliens. Wie ungeschickt. Eieieieieiei. Das war nicht gut. Also Leute. Haben wir völlig versagt. Wir bauen trotzdem mal einen neuen auf. So, jetzt zurück. Was sind wir mit den anderen? Haben die nicht ausgelöst? Okay, nochmal versuchen. Ja, ich weiß nicht. Die lassen sich voll ganz schön betten. Da ist er. Dana gilt. Burn! B önterwidrigladım! No! 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 Das ist vielleicht der letzte. Ja, nicht wirklich, ne? Große, dann nehmen wir die Sentry Guns mit. Aber ob in dem Raum jetzt noch einer überlebt hat, ist fraglich, hm? Nehmen wir mal ein Tool mit. Geh! 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 Ich habe etwas auf dem Tracker. Wie sieht's denn hier auf der Karte aus? Wo sind wir denn gerade? Okay. Das wird ein Alien sein. Eigentlich würde ich ja am liebsten vielleicht einfach wieder zurück, da ist auch ein Aufzug, so wie es ausschaut. Aber brauchen wir jetzt das Tool gerade? Oh, hier ist ein Tool. Okay. Da kann man nicht viel erkennen. Ja, wir haben einige Bubus. Das ist nicht gut. Ja, bin mir auch nicht so ganz sicher. Ach. Von wegen. Das geht hier gar nicht zu den... zum Aufzug. Ja, uns geht's nicht mehr so gut. Ja, bevor wir jetzt aber, glaube ich, diese Wand aufsprengen, würde ich sagen, machen wir diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. 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 Mal.